Ich würde sagen, dass ich mit der Herrn Bundeskanzler an sich ein sehr positives Verhältnis schon vorher gehabt habe. Spätestens seit dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner und dem endgültigen Scheitern der Koalition ist Bundeskanzler Christian Kern nicht gerade gut über die ÖVP zu sprechen. Dass sich Kern aber auch schon in der Vergangenheit über die Schwarzen ärgert, zeigt nun ein 28 Jahre altes Protokoll. In den sozialen Medien macht nun die Aufzeichnung einer ÖH-Sitzung die Runde. Der nunmehrige Kanzler zeigt sich dabei über die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft verärgert und will unbedingt etwas zu Protokoll geben. Ich stelle hier fest, dass sich die Aktionsgemeinschaft scheinbar alles erlauben kann, weil sie den Vorsitzenden in diesem Gremium stellt und ich möchte zu Protokoll geben, dass ihr mir irrsinnig am Arsch geht. Darauf erteilt ihm der Vorsitzende Meier einen Ordnungsruf. Die Grasfunktion hat dieses Protokoll nun ausgegraben und auf Facebook gestellt. Dort wird der Kernsager bereits zigfach geteilt.